Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück heute mit einem, ähm, nun ja, nicht ganz so asynchronen Multi-Threading-Thema, wie man vielleicht denken würde, aber es ist Vorwissen für das, was als nächstes kommt. Und zwar geht es heute um das Schlüsselwort Async, beziehungsweise nicht das Schlüsselwort, sondern die Funktion Async. Async macht im Endeffekt genau das, es startet etwas asynchron. Und das heißt, lasst uns mal ganz kurz etwas angucken. Es ist wie, wie Multi-Threading sozusagen, nur sehr, sehr viel einfacher und ja, wir wollen uns da quasi mal ganz kurz angucken, wie auch dieses Future aussieht, von dem immer alle reden. So, und das heißt, wir inkludieren natürlich erstmal Future, ja, wir inkludieren einfach mal die Zukunft und, ähm, haben hier, sagen wir einfach mal, eine Auto-Future, Future, ich nenne sie jetzt einfach mal Futur, ähm, weil Future ist vergeben und so, ähm, wobei eigentlich nicht, eigentlich könnte ich sie auch Future nennen, aber egal, Futur ist genauso gut und da sagen wir jetzt einfach mal hier Async. So, was genau macht jetzt Async? Nun ja, es ist eine Funktion, die etwas asynchron startet, das heißt in unserem Fall zum Beispiel hier, ich mach das mal ganz kurz hier soweit fertig, in unserem Fall sagen wir einfach mal hier Return 42, ähm, plus 1337 natürlich, ähm, und achtet darauf, das hier ist natürlich auch wieder eine Lambda-Funktion, ja, das heißt, dass es jetzt nichts Ungewöhnliches ist, das haben wir bei den ganzen Threads auch gehabt. So, im Endeffekt ist das nicht wirklich was anderes wie ein Thread, ähm, zumindest sieht es so aus, aber es gibt einen großen Unterschied. Bei Threads muss ich joinen, bei Futures muss ich, ähm, muss ich darauf warten, bis das Ergebnis fertig ist und muss einfach hier sagen, Futur.get, ja, und, ähm, hab hier natürlich mein Endle, ach, verdammt, äh, mein Endlein, so, und, ähm, ja, jetzt, was passiert hierbei? Okay, nun, ähm, wir bekommen natürlich unser Ergebnis ganz normal geliefert, ist auch ganz logisch, hier kann natürlich auch eine Funktion drinstehen, eine sehr, sehr komplexe Funktion, aber ich musste auf mein Ergebnis mit Future.get, ähm, hinarbeiten, so, das heißt, eine Future ist wirklich darauf angelegt, euch Ergebnisse zu liefern, irgendwelche Berechnungen auszulagern. Wunderbar übrigens für Hash-Funktionen, ja, ihr könnt da supergut Hash-Funktionen drin auslagern. So, jetzt, warum ist das gut, so wie es ist? Oder warum sollte man Futures durchaus auch, äh, wertschätzen? Nun, ja, die machen alles für euch, ja, das heißt, die machen, ähm, machen alles Mögliche für euch mit Join von Threads, mit Mutex mit und so weiter und so fort. Allerdings sind sie natürlich teilweise auch nicht ganz so mächtig, das heißt, die sind ein bisschen beschränkter, ähm, und ich kann nicht so ohne weiteres mit Variablen dahin operieren, ja, das heißt, ich könnte jetzt hier nicht irgendwie sagen, ich möchte mit allen Variablen da irgendwas drin berechnen oder sowas, sondern es ist eher so, wie es jetzt gerade ist. Ich gebe dem Ding irgendwas, ich kann ihm natürlich auch eine Variable geben, ähm, dazu kommen wir noch, aber, ja, ähm, ich muss das Ergebnis explizit abfragen hier. Und das ist der große Unterschied, ähm, dieser Punkt GetCall hier, der ist sozusagen der Trigger. Ähm, das bedeutet, ähm, auch übrigens kleine Seiteninformationen hier, ähm, je nachdem, wie ihr Async implementiert und wie sich der C++ Compiler, beziehungsweise die C++ Runtime sogar, ähm, entscheidet, wird das Async hier in einem neuen Thread ausgeführt oder auch nicht. Das heißt, es kann sein, dass C++ entscheidet, jetzt wird es in einem Thread ausgeführt, jetzt nicht. Das kann an verschiedenen Faktoren hängen, zum Beispiel, wie stark ist euer System gerade ausgelassen, also wie viele CPU-Kerne habt ihr gerade zur Verfügung, ähm, wie stark, äh, ist euer, oder wie aufwendig ist quasi diese Funktion, die in Async drinsteckt und so weiter und so fort. Und wenn C++ entscheidet, ähm, dass es quasi zu teuer ist, einen neuen Thread zu bauen, dann lässt es das Ding halt einfach ganz normal laufen, als wäre es ganz normaler Code. Während wenn es jetzt gerade irgendwie sinnvoll ist, einen neuen Thread zu bauen, dann macht das C++ für euch alles im Hintergrund. Ihr kriegt davon nichts mit. Und das ist wirklich, wirklich super bequem. Also, ich glaube, bequemer geht es eigentlich gar nicht mehr. Ich meine, im Endeffekt müssen wir hier nichts machen, als ein Lambda zu definieren und schon haben wir alles. So, ähm, aber der große Punkt ist, wir können bestimmen, wann quasi unser Ergebnis fertig sein soll, indem wir sozusagen Lazy Evaluation oder auch Eager Evaluation starten. Und, ähm, ja, das kann man auch tatsächlich mal messen, das machen wir jetzt noch ganz kurz. Und zwar sagen wir hier, äh, Auto, äh, Start ist gleich Krono, ähm, System Clock, ups, now. So, wir messen also die Zeit, okay? Und zwar einmal für das sogenannte Eager Evaluation, beziehungsweise lasst uns anfangen mit Lazy Evaluation. Lazy Evaluation, ähm, soll folgendes tun, und zwar sagen wir hier Launch, also STD, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Launch, Doppelpunkt, Doppelpunkt, und jetzt können wir hier Deferred sagen, das ist quasi die Lazy Evaluation. Und, ähm, dann sagen wir hier, ähm, das war Bodenstrich Lazy. Und lasst mich das hier kopieren. Im Endeffekt genau dasselbe nochmal. Ähm, nur dass wir hier eben die Async-Variante wählen. Und das ist jetzt tatsächlich nicht mehr Lazy, sondern wirklich Asynchron. Und, das heißt, wir haben hier, ähm, Start Eager und Future Eager. Hey, 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 Eager. So, ähm, und ja, natürlich brauche ich hier ein Komma, sonst funktioniert hier gar nichts. Und ich bin doof, ich muss das natürlich hier vorne eintragen, nicht da, wo die Funktion startet. Das wäre natürlich absolut komisch. So, und jetzt kann ich hier quasi sagen, wie die ganzen Dinger starten sollen und wie sie enden sollen. Jetzt muss ich natürlich nur noch die Zeit messen. Und, äh, dazu werde ich jetzt hier mal ganz kurz Folgendes tun. Und zwar sagen wir hier ein Auto, ähm, beziehungsweise lasst mich das einfach direkt hier ausgeben. See out, ähm, Lazy, Doppelpunkt. Und wir geben jetzt hier einfach die Lazy, die Dauer von dieser Lazy Evaluation aus. Das heißt über, über Chrono, Doppelpunkt, Doppelpunkt, äh, Duration. Und, äh, vom Typ haben wir hier einen Double und, ähm, sagen, das Ganze soll, äh, Futur.get minus start Lazy. So, und die wollen wir natürlich auch, äh, zählen. Äh, ja, natürlich. Ähm, nicht das hier wollen wir vielleicht noch zusätzlich ausgeben. Einmal ganz kurz, wir müssen ja irgendwie unser Ergebnis quasi festhalten. So, ähm, und hier sagen wir dann, ähm, wir wollen Chrono, ähm, System Clock Now. Haben natürlich logischerweise, ähm, minus start Lazy, also minus quasi da, wo wir angefangen haben. Und das wollen wir zählen. So, und jetzt machen wir das Ganze noch genauso hier unten. Wir wollen quasi jetzt auch haben, ähm, wie lange das hier unten gedauert hat. Und das sollte ich hier runterpacken. So, ähm, Future Eager wollen wir getten. Also wir wollen quasi auslesen, wie lange das gedauert hat. Und hier wollen wir quasi messen, wie lange hat es denn gedauert von Start Eager bis jetzt gerade. So, und das lasst uns mal ganz kurz angucken. Das hier brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ähm, und ja, wir werden gleich sehen. Lazy braucht, okay, das ist vielleicht ein bisschen arg, arg schnell. Ähm, ja, Lazy braucht 5 mal 10 hoch minus, äh, äh, okay. Auf jeden Fall eine sehr, sehr kleine Zeit. Und, ähm, Eager braucht ein bisschen länger. Warum braucht jetzt Eager in dem Fall ein kleines bisschen länger? Nun, das liegt einfach daran, dass das System sich jetzt gerade da, also, bei, bei Async, hier beim echten Asynchron, da gibt es quasi keine Entscheidungsmöglichkeiten. Das fängt sofort an auszuführen, ja. Da sagen wir quasi, okay, und du fängst jetzt an mit dieser Aufgabe. Während bei Deferred sagen wir, das Ergebnis muss erst da sein, wenn wir hier wirklich Future.get aufrufen. Davor muss das Ergebnis nicht da sein. Und sprich, eigentlich sagen wir hier C++, yo, du kannst entscheiden, was du machen möchtest. Willst du es wirklich in einem separaten Task machen oder nicht? Und C++ entscheidet sich dann, was wir machen. Es ist allerdings nicht unbedingt nötig, hier die Policy wirklich anzugeben. C++ macht das eigentlich absolut effizient. Und das können wir auch nochmal ganz kurz messen. Lass uns das auch nochmal kurz machen. Ähm, und ich sag hier Auto dazu. Ähm, Auto. Äh, das war nicht geplant. Auto. Und hier statt Iga auch Auto. Und ja, wir bauen uns das Ganze jetzt hier nicht, ähm, so, sondern wir lassen C++ sich das aussuchen, wie, äh, wie es das machen möchte. Und rufen hier natürlich auch das Auto-Ergebnis ab. So, und jetzt schauen wir mal, was C++ eigentlich tun würde hier in dem Fall. Und ja, okay, ich glaube einfach, die Zahlen sind so gering, dass ich hier einfach nicht wirklich was machen kann. Ich meine, das kann sogar eine Messungenauigkeit sein. Oder das Starten von der System-Clock hier, was irgendwie dazwischen kommt. Also, das ist höchstwahrscheinlich vom System irgendwie abhängig. Probiert das mal mit einem aufwendigeren Task aus. Denn dann werdet ihr sehen, es ist in den meisten Fällen wirklich gut, wenn man einfach C++ entscheiden lässt, wie das Ganze eigentlich durchläuft. Das ist eigentlich echt okay, wenn man C++ sich das automatisch machen lässt. Das heißt, wir müssen nicht sagen, wir wollen es asynchron oder wir wollen es deferred haben. Wir haben es hier gerade gesehen. Jetzt ist mal Iga wieder schneller und Lazy ist ein bisschen langsamer. Aber das hat sich ja vorhin auch schon wieder geändert. Also, es liegt eher am System, ähm, als dem, was wir gerade hier machen. Aber wenn die Aufgaben natürlich hier hinten dran komplexer werden als nur eine einfache Addition, wenn wirklich Threads erstellt werden, wenn wirklich irgendwelche komplexen Berechnungen gemacht werden, dann liefert euch das natürlich einen ordentlichen Boost ab, weil es eben auch so von Natur aus in einem separaten Task läuft und eben auch dadurch in einem separaten Thread. Und das kann schon mal ganz gut sein. Okay, ähm, ja, es gibt noch ein paar andere Arten von Tasks. Das waren jetzt eure ersten Tasks sozusagen. Und wir wollen es natürlich auch noch angucken. Wir hören uns ja beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.